Hallo liebe MSV-Fans, ich bin Conor Krabicki und ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und mal gucken was in Türchen Nummer 15 drin ist. Und in Türchen Nummer 15 von Capelli Sport zwei VIP-Tickets für unser Heimspiel. Viel Erfolg beim Mitmachen und eine schöne Weihnachtszeit und ich wünsche euch beim nächsten Heimspielerwahl viel Spaß, euer Conor.